Es geschah vor 50 Jahren. In einer alten Urkruine in Deutschland wurde das Schwert Ehrgeiz gefunden. Als ein internationaler Kult mit dem Namen Skorpion im Winteren Posten die Ruinen einer uralten Zivilisation entdeckte, begann der im Schwert Ehrgeiz ein gelegte Weg zusammengescheint, plötzlich zu leuchten. Vom magischen Licht des Schwerts angezogen, versammelten sich Kämpfer, um den Wettkampf um das Schwert Ehrgeiz zu bestehen. Was wird sie am Ende Ihres Strebens erwarten? WDR mediagroup GmbH im Winteren Posten die Ruinen Und dann erscheinen zwei zusätzliche Sonderfiguren von Final Fantasy 7. Ehrgeiz. 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 Ugadidah. Ehrgeiz. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017